Hallo Freunde, es geht hier weiter mit Uncharted, Lost Legacy, Legazi und ja, wollen wir das Rätsel mal lösen hier, dieses Rätsel, fangen wir den an, ich weiß gar nicht was das ergeben soll eigentlich, hier können wir nix machen. Wieso rennten die, so in Slow Motion, hey, was ist mit der los, ist die alt geworden? Paraschuramas Bogen? Was haben wir hier? Direkt auf die Heussala Ruinen ausgerichtet. Es ist eine alte Festung, einfach mitten im Seebett. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Aber was für ein geiler Ausblick. Wahrscheinlich, naja gut, nicht schon wieder runter springen. Machen wir mal das nächste. Es geht nicht, das nächste geht einfach nicht. Okay. Das hat eine Axt oder was das sein soll, eine Streit-Axt. Mal sehen, was hinter der Axt-Tür ist. Noch eine alte Festung. In den Berg gebaut. Ich markiere das einfach. Deine Axt. Nice. Okay, sieht so aus, als wäre es kein Rätsel, sondern nur Windows. Also Fenster öffnen. Jetzt muss ich mal direkt auf die Karte schauen. Auf die Karten. Okay. Das ist schön. Da können wir dann wahrscheinlich da hinreisen oder hinfahren. Das würde ja nicht so weit weg sein. Okay. Können wir noch eins öffnen, ja? Und zu guter Letzt für die Dreizackstum. Kurs hinter den Wasserfällen. Entschuldigung, der Computer. Du kriegst einen Dreizack auf der Karte. Einen Dreizack. Entschuldigung für diesen Signalton. Mein Computer hat eine Macke. So, jetzt. Ich muss mal kurz husten. So. Okay, jetzt haben wir da unten links. Unten rechts. Oben im Norden. Okay, ich sag's anders. Südwestlich. Nordisch. Also in Norden. Und südöstlich. Und das Fragezeichen wissen wir noch nicht. Jetzt haben wir hier die Fenster... Oh. Jetzt haben wir alle Fenster aufgemacht. Jetzt zieht's hier, wie ich sag. Also gehen wir wieder runter. Oder... Hey, die anderen hab ich doch gar nicht aufgemacht. Aber das Bild zieht halt so nach. Was ist denn da los? Was ist da los? Okay. Schauen wir mal. Ich nehm an. Ein Fahrstuhl. Ich hätte vor dem Hochkletter ne Knappe suchen sollen. Ähm. Es ist einfach nur ein Fahrstuhl. Okay. Aber ich muss jetzt mal gucken, was die Playstation hat. Mach ich mal kurz nen Cut hier. Ich konnte nicht herausfinden, was passiert ist. Aber scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Okay, da unten ist sie mit dem Auto. Also gefunden haben wir da jetzt mal gar nix. Oh. War es die Anstrengung am Bett? Mehr als das. Ich hab die drei Symbole gefunden. Echt jetzt? Jep. Jedes zeigt auf eine andere Festung. Dort sollten wir nachsehen. Perfekt. Moment da mal. Wo sind wir? Da sind wir. Wir wollen links. Machen wir das auch? Ich glaub, hier geht's lang. Den Reiz an Menschen wie Assaf habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gibt ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Klingt für mich eher nach Verarsche. Wie bist du überhaupt an Assaf geraten? Was sollte das? Au. Er schien dich jedenfalls zu mögen. Erinnere mich bloß nicht. War zwar damals ganz praktisch, aber... Oh, da ist ein Turm. Ja. Äh, sag schon. Lieber nicht. Vielleicht bei ein paar Drinks? So viel kann selbst ich nicht trinken. Sind wir hier richtig? Quarten. Ähm. Da ist überall Wasser. Also müssen wir... ...genau entgegengesetzt erst mal. Stimmt. Du bist die Militärexpertin. Was ist Assafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Assaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten. Dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochen schon verliebt ist. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert mich, dass Assaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt. Ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Warte. Sieh mal. Einer von Assafs Lastern. Hier draußen sieht alles sauber aus. Aber so schnell die Lage analysiert. Hier draußen sieht alles sauber aus. Aber da war eine Kiste. Wie die Scheibe. Das ist definitiv die richtige Stelle. Eine Kitzte. Mal schauen, was sie für uns verbogen hält. Die schaut so ein bisschen aus wie die Auge. Kennt ihr auch jemand, der Arrow hat? Nehmen wir die? Ja. Und die Pacha. Pacha Kaliber 45. Oh ja, das klingt gut. Ah, ich hatte eine mit Schalldämpfer. Ne, die behalte ich. Schalldämpfer können wir bestimmt gut gebrauchen. Können wir irgendwie hier hoch? Ähm, nö. Schau da oben. Parasuramas Bogen. Passt zum Symbol im Turm. Also Paraschama. Paraschurama. 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 Wer war das gleich? Okay. Sechster Avatar des Gottes Vishnu und ein furchtloser Krieger. Von Shiva selbst in den Kampfkünsten ausgebildet. Aber erst nach Eroberung der Welt. Um Shiva von seinem Wert zu überzeugen. Und ich dachte, ich hatte es schwer. Ja, die Gute kennt sich aus. So, hier, die Tür müssen wir wahrscheinlich wieder mit dem Auto öffnen. Achso, da muss ich den Haken holen. Die Sache hat einen Haken. Komm her, ja. Damit sollte es klappen. Schwuppdi wupp. So. Die kann aber auch nichts allein. Für was habe ich denn das Weib mit? Im Weg, das hin und her gerennen, da hätte die schon lange mal das Brett aufmachen können. Okay. Faules Tier. Hoppala. Hoppala. Das werden wir wohl gleich sehen. Was das ist. Oh, ich will den ganzen Tag hier stehen und das anschauen. Okay. Weiter im Text. Hier Nuff. Dann da rüber. Das sieht man ja. Oh. Alter, was. Ich habe befürchtet, der Boss sei ein Schwänzer. Was hat denn? Oh. Verdammte Axt. Headshot. So, der schaut nicht mehr runter. Wahrscheinlich hier hoch. Das hat bestimmt gehört. Kann man nichts machen. Komm schon. Tja. Hier geht's. Und hier. Ein bisschen ruhiger. Komm. Nicht zur Taghaft, junge Frau. Komm. Die Insass. Nee, die will ich nicht. Nee, die Pacher auch nicht. Oh Gott. Komm mal da rüber. Wie kommen wir denn da rüber? Okay. Frage erledigt. Zumal saufst du. Ups, da ist er runtergefallen. Was ist denn mit der? Die. Verdammt. Der ist auch eher unten. Das ist wir. Ist jetzt eben so. Außerdem zählt nur, wer es beendet. Nicht, wer anfängt. Guter Punkt. Was ist das? Ein Schrein? Da müssen wir hin. Glaub ich nicht. Da hängen keine Gottheiten rum. Boah. Suchen wir einen Weg nach oben. Alter, renn nicht so schnell zur Kante. Zur Kante. Wir sind bestimmt noch mehr von den Typen. Nee, ernsthaft. Jetzt da rüber. Okay. Und? Mir nach. Die schlägt da immer ein. Ich glaube, die kann nie Kinder kriegen. Es ist schon alles zerrammelt da unten. Ja, ist egal. Wo geht's weiter? Bis man da lang. Schaut fast so aus. Ein bisschen umschauen. Hier gibt's eh nix. Oh mein Gott. Wie kannst du so entspannt sein? Hast du die Schüsse nicht gehört? Hab ich. Du machst dir zu viele Sorgen. Unsere Brüder wurden von Assaf persönlich trainiert. Könnte man die nicht irgendwie markieren? Ging das nicht irgendwie? Du, 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 du. Hä? Leute, hä? Läuft's mir? So, der Wechsel will ich nicht. Ich will markieren. Okay. Kann man pfeifen? Kann man hier überhaupt irgendwas? Wie mach ich denn das jetzt am besten? Ohne einfach mal alle anzulocken. Ach du Scheiße. Falscher. Falscher Knopf, Leute. Okay, aber wie Granaten geht, weiß ich. Aber das ist, eigentlich ist es gut. Jetzt haben wir die ein bisschen verteilt. Ein bisschen Schleich. Die raffen das überhaupt nicht. Das ist ja wie bei Wie bei Last of Us. Oh. Ja, der ist einfach weitergelaufen. Was soll's? Moment mal. Moment mal. Jetzt kannst du unten nachschauen. Alles klar. Geschafft. Siehst du? Kann zur Not auch ruhig sein. Gehen wir weiter. Das wollte ich gerade sagen. Oh. Wir wurden nicht entdeckt. Wie krass ist das? Gibt's hier was? Ein Sniper. Irgendein Mechanismus. Soll ich den mal drehen? Dann mal los. Ähm, ja. Ah, okay. Super. Da brauchen wir nicht suchen, weil wir haben's... Wir haben's schon gefunden. Ähm. Noch ein bisschen umschauen. Da muss ja irgendwo was rumliegen, oder? Ja, da ist ne Kiste. Indiana Jones. Mrs. Indiana Jones. Ach nee, die Kackschlösser haben wir. Was war zwei? Oh, Munition. Wer hätte es gedacht? Und dafür bin ich jetzt hier... runtergezuckelt. Ach, wie sinnlos, hey. Da hätte ich eigentlich... Jetzt hab ich mir grad so Ohr zerknüpft. Irgendwie macht die immer alles kaputt, damit ich ja nicht dort langkomme. Aber so wenig Menschen hier. In Indien gibt's ja so viele Menschen. Und hier sind so wenige. Ähm, da, da nicht. Hallo? Hallo? Ach so, die Kante. Die Bekannte. Verzeihung, bitte. Alles gut bei dir? Alles gut. Er kommt schon. So. Geschafft. Schätze, ich brauch Schätze, Leute. Ach du Kacke. Da bist du. Macht's Spaß. Nein. Und hin? Ach gut. Ob wir das schaffen? Das seht ihr in der nächsten Folge. Nee, das seht ihr jetzt. Beim Näfern, da wär schon wieder alles abgebrochen. Beeindruckend. Nicht wahr? So, was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Ich muss was drücken. Da geht's aber los hier. Boah, ein Rätsel, oder? Lass ihn mal an. Um was wetten wir? Zeig ich eine Art Schlüssel. Eins mit Stern für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserlerpuzzle? Darf ich auch mal was sagen? Ich glaub, das ist ein Bogen. Ich will das mal so ausrichten. Ähm. Achso, Scheibe wechseln. So. So. Au. Das stimmt wohl. Ach du meine. Hast du das gehört? Spülst du das? Mhm. Wow. Razor. Ah. Sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich hab viel gelernt. Das reicht der Häuserler, aber... ...und sein Steckenpferd. Hat den aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd auch ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskiere mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Familienbetrieb? Hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja. Naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also? Wohin jetzt? Da ist das vor mit dem Dreizack über den Wasserfällen. Und dann das vor im Berg mit der Axt. Schätze, ich hätte nach den Drakes fragen sollen, bevor ich den Job annahm. Da gibt's nicht viel zu sagen. Nate kenne ich ziemlich gut. Sam weniger. Er ist irgendwie einfach so aufgetaucht. Suchen wir einen Weg nach unten zum Auto. Klingt gut. Das stimmt. Der Bruder ist einfach aufgetaucht, dann war er wieder verschwunden. Und dann ist er wieder aufgetaucht. Feinbar weiß sie wieder, wo es lang geht. Ah, jetzt ist sie offen. Aber hab... Wo war denn das? Da drüben. Sehen wir jetzt nicht. Das war ja die Pflanze da vorhin. Ich glaub, wir müssen hier einige Wasserhähne auftreten. Ich hab ja auch... Ich hab ja auch ne Kniffte. Seht ihr das? Wir müssen Wasserhähne auftreten, bis da Wasser rauskommt. Und in der Mitte. Da oben. Denk ich mir mal so. Also es ist jetzt... Achso, das meinen die mit offen. Ja, es war grad ein Anfall. Uiuiui. Wo geht's lang? So, da sind wir wieder unten. Der Weg, der nach oben, der war leicht schwieriger. So geil den Schlamm runtergerutscht und... An der Hose ist nix. Nur vorne. Weil sie da immer die Hände erbischt. Ist hier noch irgendwas? Auf dem LKW? Ja. Nee. Alles leer. Okay. Da hätten wir das erledigt, ja. Und damit war's das auch für diese Folge. Und den nächsten Wasserhahn schauen wir uns dann in der nächsten an. Ich danke euch... Äh, 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 Gehirnkrampf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.